Was wir gerade noch machen, ausnutzen, weil die Mädchen gerade so schön ruhig sind und es ist warm und regnet nicht. Ich sitze gerade vor meinem Haus und lasse die Mädchen ein bisschen große Straße gucken und horchen. Wir werden ja in den nächsten Tagen dann auch irgendwann mit Geschirr und Leine mal nach hier vorne gehen. Und dann kennen sie das schon, da kommt ein dicker LKW. Der interessiert niemanden, noch einer. Also sie gucken sehr interessiert auf die Bewegungen, aber kein Fiepen, kein Quieken, kein Ausweichmanöver, kein Zurückziehen im Körbchen. Sie gucken halt einfach, es kommt mal kein Auto. Ich glaube, es regnet gleich. Ja. Ich denke, das war dann auch mal wieder genug Programm für heute. Und die gehen jetzt erstmal Haia machen.